Ich glaube, dass ihm das so egal ist, wenn er einen Test macht. Sog ich nicht. Oder? Das ist bestimmt der Testmacher. Denn die ganzen Freundinnen und Schüler machen auch. Hast du schon mal geredet mit ihnen? Nein. Dann fragst du sie mal. Die werden kein Problem damit haben. Und du hast ein Problem, das ist schon ein Problem, oder? Ja, aber er ist ein weiterer, er weiß doch, das ist ein, das ist ein Behinderung zum Dritter, zum Dritter. Er hat 24 Schüler und alle machen den Test. Und keiner hat ein Problem damit. Dass das bei dir anders ist, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Sei ehrlich. Doch. Wieso? Was ist da anders? Ja, oder? Aber was hast du Angst? Dass ich positiv bin?